Willkommen bei BASF in Ludwigshafen. Hier am Rhein befindet sich das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt. 1865, als Fabrik für synthetische Farbstoffe gegründet, hat sich BASF zu einem der führenden Chemieunternehmen der Welt entwickelt. Unzählige Erfindungen, die die Welt verändert und unser tägliches Leben prägten, haben ihre Wurzeln in Ludwigshafen. Rund 39.000 Mitarbeitende, ein Drittel aller BASF-Mitarbeitenden weltweit, arbeiten am Standort Ludwigshafen. In 200 Produktionsanlagen werden Tausende von Produkten für Kunden aus fast allen Branchen hergestellt. Knapp 3000 Kilometer Rohrleitungen, 106 Kilometer Straßen und 230 Kilometer Schienen verbinden diese Produktionsanlagen sowie rund 2000 Gebäude auf einer Fläche von 10 Quadratkilometern miteinander. 1.900 Lkws, 400 Eisenbahnwaggons und 15 Binnenschiffe fahren täglich auf dem Gelände ein und aus. Der Standort Ludwigshafen ist die Wiege des BASF-Verbundsystems. Verbund bedeutet, alle Anlagen sind so miteinander verbunden, dass die Nebenprodukte eines Verfahrens an anderer Stelle als wertvoller Ausgangsstoff dienen. Auf diese Weise entstehen effiziente Wertschöpfungsketten. Wir erzielen höhere Produktionsausbeuten, sparen Rohstoffe und Energie, minimieren Emissionen und nutzen Synergien. Die beiden Steamcracker gehören zu den größten Produktionsanlagen in Ludwigshafen und bilden das Herzstück des Standorts. In diesen Anlagen wird Nafta mithilfe von Dampf in kleinere Moleküle umgewandelt, die die Bausteine für viele unserer Produkte sind. Mit unseren Produkten und Innovationen helfen wir unseren Kunden, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und liefern Lösungen, die für den Klimaschutz unverzichtbar sind. Von Dämmstoffen für energieeffiziente Häuser bis hin zu Batteriematerialien für die Elektromobilität. Auch für unsere eigene Produktion haben wir uns ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt, denn wir wissen, dass unsere Branche Energie- und Kohlenstoff intensiv ist. Bis 2030 wollen wir unsere absoluten CO2-Emissionen im Vergleich zu 2018 um 25 Prozent senken. Das entspricht im Vergleich zu 1990 einer Reduktion von 60 Prozent und übertrifft damit sogar das Ziel der Europäischen Union. Wir haben uns dazu verpflichtet, BASF bis 2050 klimaneutral zu machen. Hierfür sind völlig neue Technologien erforderlich. Die ersten Test- und Pilotanlagen sind bereits im Betrieb. Aber auch wir brauchen große Mengen an erneuerbaren Energien und entsprechende politische Rahmenbedingungen, um dieses Ziel zu erreichen. Und vor allem brauchen wir kühne Ideen, Mut und Unternehmergeist. BASF hat sich seit ihrer Gründung vor mehr als 150 Jahren zahlreichen Herausforderungen gestellt und sich immer wieder neu angepasst. Wir sind überzeugt, dass wir die Transformation hin zu einer klimafreundlichen Chemieproduktion erfolgreich meistern können, wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam an einem Strang ziehen. So können wir sicherstellen, dass unser Standort Ludwigshafen auch für kommende Generationen nachhaltige Lösungen anbieten kann.